da oben ist noch 28 Gold drin also können wir auch noch mal ein bisschen halbieren das ist ja auch schon leere Öfen hier dann machst du zack zack und dann rennt der auch wieder mit 11 4 15 na schön das hast du da auch ein halt also mehr kannst du da nicht aufteilen bisher haben wir 18 heißen Blöcke kannst ja fast schon Golems mitbauen haben wir eigentlich schon Golems mitbauen das ist doch cool und Goldblöcke haben wir jetzt zwei was habe ich gesagt Gold ist recht rar ja da kommt ja noch ein bisschen wenn ich heute denn morgen Redstone Blöcke haben wir im Moment 70 ich glaube Redstone sollten wir erstmal außen vor lassen zum Tarn weil das Zeug das ist ja so penetrant aber die nehmen gerade mal zwei Inventarplätze weg nein 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 paar Arbeiten hier noch ich weiß das Zeug auch hier eine Truhe ne also so dann auch noch zwei das ist ja nicht viele Öfen das ist ja auch ein Slot ich würde sagen die Aktion war doch recht erfolgreich ne die sind alle fertig die Abbau ja ich meine jetzt auch von der Platzersparnis ist doch wesentlich besser ja ich habe übrigens eine Schiene eingesammelt ne wir sind alle fertig mitbrennen hier außer der Oberfläche na ja in muss er noch dann tu mal die Schiene in die Kiste hast du auch Schienen ich habe die Schiene in die Kiste ich habe die Schiene in die Kiste das nennt man Teamwork ne habt ihr noch Fäden? Fäden 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 Mehrzahl von Fäden 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 Na gut, würde man jetzt noch die Schneider abbrennen und zusammenpacken, dann hätte man ja noch mehr. Ich wette, du hast jetzt eine Menge Platz wieder. Brandensteine, das bringt dir nichts. Du machst aus vier Cleanstorm machst du vier Steinziegel. Ja, dann ist blöd. So, jetzt ist die Frage, wenn wir die Höhle weiter runter, oder gehen wir zurück in die Mine? Äh, ich habe auch eine Axt, ne? Also so ist nicht, muss ich eigentlich nicht alles mit der Hand machen. Das Spinnenauge schmeiß weg. Brauchst du zum Tränke machen. Ja, kannst du wegschmeißen. Ja, geh mal bei der Höhle dann runter. Ach, geh mal runter. Ja, komm. Genau, geh mal runter. Hier ist eine Fledermaus und da oben ist, coole. Doppelt Platz weg teilweise, weil... Was denn? Erst ab neun Erzen einen Block machen. Und in der Zeit habe ich halt sowohl die Blöcke als auch die Erze im Inventar. Ja, aber du sparst letzten Endes. Ja, ich spare letztendlich, dann mache ich es hier auch. Ja, sorry, so doof war die Idee jetzt nicht. Also, mit dem Ausbrennen. Ja, auch immer, dass... Weil du, du kriegst ja auch Kohle weg. Dass ich dann halt, äh... Direkt in den Block mache. Nimmst du eigentlich noch aufs Notbiet? Ja, ich nehme auf. Wieso? Wieso? Wieso, weil wir jetzt ja schon echt lange spielen. Ja, also drei Stunden oder so dürften jetzt schon mittlerweile sein. Insgesamt. Oder vier. Bald. Gehe ich von aus. Oh, jetzt kommt hier Kies runter. Den habe ich nicht bestellt. Das wird frechert. Luft nicht wieder so weit weg. Ich bin hier noch an der Kohlenmine. Oh, und da ist noch Eisen. Super. Der Laufen kann nicht weg. Ja, ja, und nachher heißt es ja, wo seid ihr? Der eine ist da, der andere wieder in die andere Richtung. Ja, die sind hier unten keine. Wer ist hier? Ähm, Redstone lassen wir, ne? Ja, weiß ich nicht. Wenn ihr den haben wollt. Gar nicht. Soll ich ein paar Bruchsteine wegschmeißen? Also, ich weiß nicht. Wir haben so viel mittlerweile davon. Ich habe schon wieder Eisen. Wo ist das denn? Ja. Guten Morgen. Ja, oben. Ach, da. Ne, hier. Gewehen. Gewesen. Ja, du bist jetzt dreimal an mir vorbeigerannt. Aber, okay. Ich wusste nicht, dass ich unsichtbar bin. Sackgasse, also. Ja, und? Na, weiter haben wir die Sackgasse. Da können wir auch in die Mine rennen. Kann man auch Swipminern. Oder auch irgendwas. Äh. Und dann unten in die Mine, jo. Mein Wissen. Ich würde dafür, wir bauen uns hier mal ein bisschen nochmal da in, 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 in. Ja, würde ich auch sagen. Also, welche Höhe sind wir denn überhaupt? 13, da kann man durchaus. Ja, ich würde sagen, gehen wir auf 11. Oder 10. Wir haben uns in die Seite. Er hängt eine Fackel hin, ich hause ab. So. Okay, welche Richtung nehmen wir? Die Richtung. Mö. Eck macht dann wieder links. Oh, ich habe Redzone gefunden. Na, endlich. Oh, Mensch. Ist ja ganz verzeltet. Ich habe Kohle gefunden. Na, endlich. Ich habe Kies gefunden. Gut, dass ich eine Schaufel mit hab. Schuppdi-dupdi-du didopdi-dupdi-dupdi-dupdi-dupdi-dupdi-dup. Was, raus aus meinem Gang? Hier wird nicht fremd gegängelt. apropos kann mal gucken wir die aufnahme macht ja sie macht was sie soll also auch mit ton und und ein pippo das ist doch mal nice wo haben wir uns gewünscht ja nicht dass wir danach vertun muss oder so und es ist dann ganz blöde mag ich nicht nein nein aber eisen und kohle da ich schon wieder eisen habe ist das mehr geworden sag mal oder finde ich einfach nur mehr an eisen und kohle also kohle war ja schon immer mehr nicht immer aber ja ja wenn der automatische feld und ganze kacke oder da anschauen darf es nicht wahrer mit und wieder kohle schon wieder stein ja du hast ja außen würde ich mal so sagen also und zwar auf direkter höhe zum rhein war cool wir haben wir einen ganzen kohlenschacht ausgehoben ganz ehrlich brauchen wir so ja vielleicht sollten auch langsam wieder den weg nach hause anderen eintreten so ein bisschen also noch geht es aber wenn ich gleich noch meine schaufel kaputt kriegt dann habe ich einen platz mehr und wer zuerst oben ist hat gewonnen oder wie wurde ich will schon wieder der erste ist aber ja ich habe nach dem platz mehr zu lieben